Können wir schon mal festhalten. So was zieht kein Schiri gerne. Da hat er unglaubliches Glück, dass er weiterspielen darf. Ja, das weiß er auch. Er ist mit Gelb extrem gut bedient. Die Chance jetzt. Den nimmt er direkt. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Volley genommen. Das ist gar nicht so einfach. Macht er technisch perfekt. Ein Schuss wie ein Strich. Und das Ding feiern sie zurecht.